Warnung vor Gesetzlichkeit. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um die große Gefahr der Gesetzlichkeit bzw. Werke aus dem Fleische. Was meine ich damit? Nun, über die Zeit haben sich viele verschiedene Gruppierungen, Denominationen gebildet, wo jede Gruppe irgendwie irgendwo eine andere Lehre mit sich bringt. Die eine so, die andere so. Was alle gemeinsam haben? Halbwahrheiten aus der Heiligen Schrift. Die einen glauben an die Trinität, die anderen, dass man als Christ weiterhin mutwillig in Sünde leben darf und wieder andere denken, es wäre schlau, sich dem Neuzeitpharisäertum anzuschließen. Eine Vermischung von vielen verschiedenen Lehren, die meistens am Ende nicht in Erkenntnis, sondern in Schiffbruch enden. Falsche Lehren, die im Widerspruch mit der Heiligen Schrift stehen. Der Galaterbrief hat ganz genau gezeigt, was passiert, wenn man in Kontakt mit fleischlich gesinnten Menschen kommt, die sich als Schriftgelehrte ausgeben. Falsche Apostel, laut 2. Korinther 11, 13, die im Deckmantel des Christentums agieren und versuchen, andere Christen im Glauben zu verwirren, um sie unter ihr Joch zu zwingen. Römer 16, 18 sagt, Bei manchen ist es ziemlich offensichtlich anhand der Lehren. Bei anderen ist es manchmal etwas schwerer zu erkennen. Die Zeit offenbart jedoch immer die wahre Herzensintention. Oftmals ist es ein schleichender Prozess, welcher den Christen stückweise von der wahren Lehre wegführt. Je mehr Videos oder Predigten konsumiert werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Lüge geglaubt wird. Ganz nach dem Beispiel, der Frosch im heißen Wasser. Hierzu ein kleiner Einspieler. Das ist ein Frosch. Und das ist ein Gefäß mit heißem Wasser. Setzt man nun diesen Frosch in das heiße Wasser, springt er sofort heraus. Logisch, tut ja auch weh. Setzt man ihn ins kalte Wasser, bleibt er sitzen. Wenn man aber jetzt die Temperatur ganz langsam erhöht, merkt der Frosch das gar nicht. Und wenn das Wasser kocht, dann ist der Frosch schon tot. Fortgeschrittene Gesellschaften haben ein ähnliches Reaktionsvermögen wie ein Frosch im heißen Wasser. Gewöhnt man sie langsam an sich verändernde Umstände, merken sie davon gar nicht viel. In unserer Gesellschaft nimmt zum Beispiel die Überwachung immer mehr zu. Gut ist das nicht, denn jemand, der sich beobachtet fühlt, verhält sich anders als jemand, der nicht beobachtet wird. Von seinen Freiheitsrechten nimmt man nicht mehr in dem Umfang Gebrauch, wie man es anonym machen würde. Was zum Beispiel die Meinungsfreiheit einschränkt. Um nicht negativ aufzufallen, passen sich nach und nach immer mehr Menschen der Norm an. Innerhalb einer Gesellschaft würden so langsam die Andersdenkenden und Originale aussterben. Diese Einheitsgesellschaft wäre nicht mehr in der Lage, sich geistig und sozial weiterzuentwickeln. Intoleranz würde zunehmen und die Fähigkeit zur Innovation verkümmern. Deswegen sollten wir ab und zu einen Blick auf das Thermometer werfen und schauen, wie heiß das Wasser für uns schon ist. Also, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid, laut 2. Korinther 13, 5. Ich selbst wäre damals auch fast in diese Falle getappt. Aber dank sei Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dass ich dem Spuk auf die Schliche gekommen bin. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum mir dieses Thema auf dem Herzen liegt. Viele Christen, die erkannt haben, dass die Lehre der Trinität unbiblisch ist, suchen nach dieser Erkenntnis wieder Anschluss. Sie suchen nach einer bibeltreuen Gemeinde, sie suchen nach Austausch und nach wahren wiedergeborenen Geschwistern, um Gemeinschaft zu haben. Das Problem dabei ist, dass nicht selten Christen von einem Extrem ins andere fallen. Deswegen ist es unbedingt notwendig, dringend notwendig, täglich selbstständig in der Heiligen Schrift zu lesen und selbstständig alles zu prüfen. Das eigene Bibelstudium wird den Geist nähren, bis man es gar nicht mehr nötig hat, sich von außerhalb belehren zu lassen. Verführung gibt es dann nicht mehr, da der Heilige Geist die Führung übernehmen wird. Andernfalls werden sich andere Christen, in Anführungsstrichen, andere Christen um euch bemühen. Matthäus 15, 14 sagt, lasst sie, es sind blinde Blindenführer. Und wenn ein Blinder einen Blinden führt, werden beide in eine Grube fallen. Die Führung des Geistes wird uns in die Wahrheit leiten, sodass man erkennen wird, wer die richtige Lehre hat und wer nicht. 1. Johannes 2, 27 Darauf passend Hebräer 5, 12 Punkt Nummer 1 Aus eigener Erfahrung sind das meistens Menschen, die viel Wissen in Wort, aber nicht in Werk oder Tat haben. Das heißt, viel Theorie, aber keine Praxis, beziehungsweise keine Liebe. Das bedeutet auch, keine Werke aus Glauben. Matthäus 27, 20 Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jakobus 2, 26 Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und Matthäus 23, 28 sagt Es sind außerdem Menschen, die es lieben, sich Lehrer nennen zu lassen und von den Menschen bewundert werden möchten. Das heißt, die fleischliche Gesinnung macht sich bemerkbar. Auch häufig ersichtlich zum Beispiel durch den extremen Fokus auf Social Media und Menschen, die das Evangelium für ihre eigenen Zwecke nutzen. Dazu Matthäus 23, 8 Wo es heißt, ihr aber lasst ihr euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Ihr alle aber seid Brüder. Lukas 11, 43 Wehe euch Pharisäern, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Es sind Menschen, die ihre Aufmerksamkeit auf sich und nicht auf Jesus Christus und die gesunde Lehre lenken. Matthäus 6, 1 Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Lukas 11, 52 Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Oder Matthäus 23, 15 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Denn sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Galater 4, 17 Es sind Menschen, die andere belehren möchten, aber selbst nicht die gesunde Lehre vertreten und danach handeln. Römer 2, 21 Römer 2, 21 sagt Der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man solle nicht stehlen, du stielst. Matthäus 15, 9 Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschen Gebote lehren. Insgesamt wird bei diesen Leuten die Nachfolge je so wenig bis gar nicht thematisiert. Warum? Erstens, weil sie die Menschen beherrschen möchten. Sie wollen das Ansehen genießen und sich am Fleische von anderen rühmen. Galater 6, 13 sagt Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Oder Jakobus 4, 16 Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Aber als Nachfolger Jesu wissen wir. Laut Philippa 3, 3 Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. 2. Korinther 10, 17 Wer sich aber rühmt, rühme sich des Herrn. Zweitens, weil die Nachfolge eben das ist, was einen wahren Jünger Jesu ausmacht. Und es ist auch das, was am Ende zählt. Und das, genau das möchten diese Menschen verhindern. Deswegen auch die eindringlichen Worte des Herrn Jesus Christus. In Matthäus 5, 20, wo es heißt Galater 6, 8 Also wir sehen hier die Unterscheidung, die Führung durch den Geist in Liebe führt zu Frucht. Das heißt Glaubenswerke durch den Glaubensgehorsam. Aber die Führung durch das Fleisch, Leben im Fleisch, also ein Leben in der Sünde, führt zu keiner guten Frucht. Das heißt der Versuch, sich irgendwie gerecht zu machen durch Taten, die nicht aus wahren Glauben geschehen. Dadurch, dass die heutigen Schriftgelehrten, Pharisäer, den Fokus bzw. die Aufmerksamkeit auf sich und ihre Lehren ziehen möchten, kommen viele Christen vom Weg ab, weil nicht wenige davon diesen Menschenlehren hinterher eifern und die wahre Nachfolge Jesu Christi völlig aus den Augen verlieren. Die mögliche Konsequenz? Hier ein paar Bibelverse dazu. Drückt einfach auf Stopp und lest durch die Verse selbstständig durch. Und nochmal die Erinnerung, falls es Kontextschwierigkeiten geben sollte zu bestimmten Versen, einfach nochmal das ganze Kapitel selbst durchlesen. Zweitens, Unterschiede zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Der Alte Bund wird durch den Neuen Bund verbessert. Hebräer 7,12 Denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Hebräer 9,15 Und darum ist der Mittler eines neuen Bundes. Damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem Ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Hebräer 12,24 Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. 2. Korinther 3,6 Richtiger Vers Wo es heißt, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das Neue Testament spricht von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wieso komme ich auf die Namen zu sprechen? Nun, wir haben festgelegte Namen, beziehungsweise Titel in der Heiligen Schrift, an die wir uns halten sollten. Zumindest würde ich mir persönlich es nicht anmaßen, über die Schrift hinaus zu gehen. Denn oftmals werden für unseren Herrn Jesus Christus Namen verwendet, die in der Heiligen Schrift so nicht zu finden sind. Wie oft hört man heute in der Christenheit? Du musst... Sonst bist du nicht errettet oder liegst eben komplett falsch. Meistens sind solche Aussagen ohne biblische Substanz und sind einfach nur blind von irgendwelchen Leuten kopiert, die wahrscheinlich selbst keine Ahnung haben. Alles, was gesagt und getan wird, das nicht mit der Heiligen Schrift zu vereinbaren ist, sollte gemieden werden. Galater 1,8 Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Denn... Galater 3,15 Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. 2. Johannes 1,9 Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Offenbarung 22,18 Ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Der neue Bund ist der bessere Bund. Jesus bestätigt den neuen Bund. Lukas 22,20 Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. 1. Korinther 11,25 Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Hebräer 7,22 So ist Jesus auch eines besseren Bundesbürger geworden. Hebräer 8,6-7 Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Denn wenn jener Erster Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen Zweiten gesucht worden. Anhand der aufgeführten Verse wird ersichtlich, aus alt wurde neu. Genauso werden vom Geiste neu gezeugte Christen aus der Knechtschaft der Sünde befreit und leben nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Also aus alt wurde neu. Stichwort eine neue Schöpfung, laut 2. Korinther 5,17 Wir waren also zuvor ohne den Geist Christi, das heißt Sklaven der Sünde, laut Römer 6,20 Nun aber wurde der Schuldschein bezahlt, sodass wir durch den Geist Christi eine neue Hoffnung haben in einem Leben, das nicht mehr von der Sünde, sondern vom Geist beherrscht wird, zur Ehre Gottes, laut Römer 6,16-22 Also hier nochmal der Vergleich, alt zu neu, Galater 5,1 Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Matthäus 11,29-30 3. Unterschiede erkennen Von Stein zu Fleisch 2. Korinther 3,3 Vom Gesetz der Sünde zum Gesetz des Geistes Römer 8,2 Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ein paar wichtige Verse aus dem Galater und vom Römerbrief. Punkt 1 Falsche Brüder Galater 2,4 sagt Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten. Um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brachten. Zweitens Unterschiede der Evangelien, Heiden und Juden. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen. Denn der, der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Galater 2,7-8 Oder Galater 2,14 Als ich sah, dass sie nicht nach der Wahrheit des Evangeliums handelten, sagte ich zu Petrus vor allem Du bist ein Jude, aber du lebst wie ein Heide und nicht wie ein Jude. Wie kommt es also, dass du die Heiden zwingst, die jüdischen Sitten zu befolgen? Drittens Du bist nur Jude, wenn du es im Geiste bist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Römer 2,28-29 Ein Mensch ist nicht ein Jude, wenn er nur äußerlich einer ist. Noch ist die Beschneidung nur äußerlich und physisch. Nein, ein Mensch ist ein Jude, wenn er innerlich einer ist. Wenn er innerlich einer ist. Und die Beschneidung ist eine Beschneidung des Herzens durch den Geist, nicht durch das geschriebene Gesetz. Der Lobpreis eines solchen Menschen kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Viertens Fleischeswerke bringen den Tod. Geisteswerke bringen Leben. Hört auf meine Worte. Ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, hat Christus keinen Wert vor euch. Wiederum erkläre ich jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu befolgen. Ihr, die ihr versucht, durch das Gesetz gerechtfertigt zu werden, habt euch von Christus entfremdet. Ihr seid von der Gnade abgefallen. Galater 5, 2 bis 4. Oder Römer 3, 27. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein. Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Abschließende Worte. Aus Galater 3, 1. Vom Geiste geführt tut man die Werke genau die Dinge, die Jesus, unser Herr und Meister, auch getan hat. Aber nicht, um sich gerecht zu sprechen, sondern aus Dankbarkeit und aus wahrem, ungeheucheltem Glauben. Im Geiste leben bedeutet, genauso zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Sollte man sich dennoch wegen Streitthemen zanken und streiten, ganz nach dem Motto, du darfst das nicht und du musst das tun und so weiter, dann habe ich noch folgende Verse für euch. Ihr könnt euch nochmal selber durchlesen zum Ende. Drückt auf Stopp. Und in diesem Sinne war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch wieder etwas Erkenntnis dazu schenken. Ich wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Prüft alles, das Gute behaltet. Nähert euch vom Wort. Laut Matthäus 4, 4. Und so Gott will, bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao.